Hallo Freunde, FCMotoTV wird euch heute den ersten Klappsystemhelm vorstellen, der 2206 geprüft ist. Ich würde sagen, den Countdown müsst ihr noch abwarten. Ihr ahnt es schon, es geht um den neuen C5 von Schubert und ich denke mal, der ein oder andere von euch wartet wahrscheinlich schon händeringend auf Informationen. Es steht natürlich schon einiges im Netz. Wir haben den Helm bei uns im Shop jetzt seit einigen Wochen und ich hatte den am vergangenen Montag bei mir auf dem Schreibtisch nach dem Motto, Steff, mach doch mal was, durfte dann von Montag bis Mittwoch mit dem Helm fahren und habe ungefähr einen Fundus von roundabout 300 Kilometern, die sich wirklich dritteln zwischen Stadtnutzung, Landnutzung und Autobahnfahrt. Und ihr werdet heute einige Informationen von mir bekommen, die glaube ich ganz gut geeignet sind, um sie 1 zu 1 für euch als vielleicht Kaufentscheidung zu übernehmen. C5, der ein oder andere Insider oder der schon was länger dabei ist, weiß natürlich, dass das eine Art von Historie gibt bei Schubert, denn mit dem ursprünglichen Konzepthelm als allerersten Klappsystemhelm ging es halt los und über C2, C3, C4, C4 Pro, jetzt schließlich der C5 Helm, da haut Schubert natürlich auch einen Flock rein, dass man jetzt in Verbindung mit der neuen Norm 22.06 natürlich bewertet, versucht weiterzuentwickeln, zu verbessern und vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt ausmerkt, denn gerade beim C4 hat es ja schon die eine oder andere Kritik gegeben. Deshalb haben wir auch noch einen C4 Pro hier, um euch dann auch mal am direkten Beispiel einige Veränderungen bei der neuen Murmel von Schubert mitteilen zu können. Erstmal eine Entwarnung für die Leute, die so ein bisschen schon Hintergrundinformationen über die neue Norm 22.06 haben. Viele Insider-Fachleute prognostizieren ja, dass die Helme deutlich schwerer werden müssen, um einfach die neuen Anforderungen zu erfüllen oder auch, dass die Helme vom Volumen her größer werden, auch einfach weil mehr Material verbaut wird. Da gibt es jetzt eine kleine Entwarnung bei dem C5, denn durch einen etwas moderneren und neueren Materialmix, unter anderem durch die Nutzung einer zusätzlichen Karboneinlage, ist es halt so, dass der Helm nicht nur nicht schwerer geworden ist, er ist sogar 50 Gramm leichter geworden. Das heißt, wir reden bei dem C5 Helm von einem Gewicht losgehend ab 1690 Gramm und dann wäre die nächste Schalengröße circa 50 bis 60 Gramm schwerer. Ihr habt immer im Hinterkopf immer diese Toleranz von roundabout 50 Gramm rauf oder runter. Lügen wir uns nicht in die Tasche, circa 1700 Gramm ist natürlich viel Gewicht für einen Helm und je nachdem, wie zierlich der Fahrer gewachsen ist, kann das auch schon mal ein K.O.-Kriterium sein, aber für einen Klappsystemhelm ist das eine ganz normale Angelegenheit, auch wenn ihr mal den ein oder anderen Mitbewerber euch anschaut, der noch nicht 0.6 zertifiziert ist. Also von daher hat Schubert diesbezüglich den Job schon ganz gut gemacht. Ich nenne euch jetzt erstmal einige Ausschattungskriterien bei diesem Helm, die ihn ein bisschen auch allein stellen. Dann würde ich allerdings auch etwas sagen, wir haben da noch einen C4 Helm von 2021 stehen als Design und dann was auch zu den Verbesserungen sagen, denn den Helm bin ich ja gefahren vor circa anderthalb Jahren und hatte etwas an Kritik äußern müssen und das hat sich in der Tat bei dem C5 zum Glück geändert. Was ist bei dem Helm vor allen Dingen anders? Dass Schubert immer so ein Profi war in Bezug auf Aerodynamik und Aeroakustik, das wird bei einem neuen Modell ja nicht anders sein. Ich sage jetzt schon, dass ich gefahren bin mit der Affircate Twin in allen möglichen Konditionen, Sitzbank hoch, Sitzbank runter, Verkleidungsscheibe rauf, Verkleidungsscheibe runter und bin auch mit einem unverkleideten Fahrzeug gefahren. Da ist es in der Tat so, dass die XSR, die ihr nun kennt aus unserem Fuhrpark, mit dem Helm quasi perfekt fahrbar war. Was die gute im Windkanal getestete Aerodynamik des C5 angeht, muss ich ganz offen sagen, bei der A-Twin, wo ich genau in dieser Abrisskante der Verkleidung saß, ist es schon ein bisschen anstrengend, denn bei 150, 160 fing das Visier etwas an zu vibrieren. Da müsste man wahrscheinlich mit einer Zubehörscheibe etwas arbeiten, aber versprochen, bei einem unverkleideten Motorrad funktioniert dieses System, in dem Fall Steff, Motorrad und Helm hervorragend und das kann auch eins zu eins auf eure Motorräder, so sie denn unverkleidet sind, übernommen werden. Wenn ich natürlich die Aerodynamik anspreche, die dann immer individuell ausprobiert werden muss, wenn es denn um ein verkleidetes Motorrad geht, muss ich schon auf die Tatsache eingehen, dass der C5 als einer der ersten Helme doppelt homologiert worden ist, das heißt, der hat die Zertifizierung als Jethelm gefahren werden zu können und als Integralhelm. Und der eine oder andere, der Bescheid weiß, hat natürlich die Information, dass man viele Integralhelme oder Klappsysteme aufklappen kann und dann quasi unversichert, ich nenne das bewusst mal unversichert, mit dem Helm fahren kann, mit geöffnetem Kindteil, ist verboten. In dem Moment, wo das nicht in der Homologation freigegeben ist. Also er hat auf seiner einen Etikette die P- und J-Homologation, J für Jethelm und P für Pintegralhelm. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere Pintegralhelm, was ist das? Ich kann leider nicht erklären, wofür das P auf dieser Etikette steht. Das J für Jethelm kann ich dann noch herleiten, aber das P für Integral, egal, ihr lasst einfach mal sacken. Was gibt es sonst noch bei dem Helm zu sagen? Erstmal ist die Haptik gefühlt im Gegensatz zum C4 gänzlich anders. Das heißt, ob ich Lüftungsklappen bediene, ob ich diese wichtige Taste bediene, um das Kindteil zu öffnen, ob ich den Visierwechsel vollziehe, zu dem ich jetzt gleich noch was sage. Also insgesamt fühlt sich das alles deutlich wertiger an. Das heißt, diese Dinge, die der C4 oder C4 Pro, muss ich richtigerweise sagen, schon recht gut gelöst hat, wird bei dem C5 noch besser von der Detailberührung sein. Also gerade mit Behandschut im Finger ist die Bedienung dieser ganzen Tasten überhaupt kein Problem. Das beinhaltet im Übrigen auch die hier schon montierte Remote-Einheit, also um das integrierte Intercom-System zu steuern, zu dem ich in der heutigen Folge nichts sagen werde, denn das wäre schon der Inhalt für eine separate Folge, sonst wird das hier zu kompliziert werden. Also wir würden uns heute um den Helm kümmern, vollkommen ohne das vorbereitete Intercom von Schubert. Um das mit dem Intercom kurz klarzustellen, das heißt, die Remote-Kontrolleinheit wird separat zugekauft werden müssen und auch die Akku-Einheit hinten mit einem Steuerelement wird zugekauft werden müssen. Und im Helm enthalten sind schon drei Antennen, um untereinander zu kommunizieren, um mit eurem Beifahrer zu kommunizieren, aber auch um Radiokontrolle oder Radioempfang zu garantieren. Das wird nachgekauft, ist ein von Schubert angebotener Artikel, der in Verbindung mit Sena zusammen entwickelt wurde. Aber im Helm enthalten ist im Grunde genommen alles, außer die Hardware bezogen auf Remote-Control, auf Akku-Einheit und auf Schwanenhals-Mikro. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier eingebaut und auch schon ausprobiert, aber das wird heute nicht explizit im Detail besprochen. Wo liegen jetzt wirklich die Unterschiede? Denn dass dieser Helm von der Polsterung waschbar, in dem Fall allerdings nicht in der Waschmaschine, sondern 30 Grad Handwäsche, dass diese Ausrüstung quasi mittlerweile ja Standard ist bei den hochwertigen Helmen. Und das wissen wir alle, dass ein Visierer einen Schnellwechselmechanismus haben sollte. Das wissen wir auch. Alle funktioniert bei dem Schubert hervorragend, ging aber auch schon bei dem C4 ganz gut. Aber, und jetzt geht es los, mein häufigster und heftigster Kritikpunkt bei dem C4 Pro war vor anderthalb Jahren, dass beim ersten Ausprobieren ich A Probleme mit meiner Brille bekam, sowohl beim An- als auch beim Ausziehen. Hier bei dem C5 null Probleme, wenn man das erste Mal erfolgreich bewältigt hat. Die zweite Geschichte ist, dass beim C4 Pro ich ein extremes, ja, ich muss es schon sagen, Würgegefühl hatte. Das heißt, Adamsapfel wird relativ stark beeinträchtigt, Schluckbewegung und, und, und. Erst recht, wenn auch das Kinnenteil nachher geschlossen war. Gab und gibt bei dem C5 diesbezüglich gar keine Probleme. Ist unter anderem aber auch ein Zugeständnis an die 0,6er Norm. Warum? Denn darin werden ja auch Abstreiftests übers Kinnenteil nach hinten durchgeführt. Und das beinhaltet natürlich, dass der Kinnriemen auch anders angelenkt werden muss. Das heißt, da hat Schubert zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wesentlich besserer Tragekomfort im Kehlkopfbereich und dann die Erfüllung der Normauflage mit Abstreifen übers Kinnenteil. Zur Erklärung. Ihr habt jetzt einen Riemen montiert, der beidseitig einstellbar ist. Ihr habt also die Möglichkeit, das Schloss auch nach eurem Gusto zu verschieben, rechts, links. Das ging in dem Maße bei dem C4 nicht. Das heißt, selbst wenn einer da leichte Probleme hat und der Riemenverschluss, dieser Ratschenverschluss, rutscht dann zur rechten und zur linken Seite, ist das Problem ja meistens gelöst. Das heißt, das wäre also eine zusätzliche Erklärung dafür. Ich möchte euch ein paar Worte zur Visiertechnik erzählen, die auch über meine Probefahrt hervorragend funktioniert. Mal weg vom Wechselmechanismus, da sage ich gleich mal ein paar warme Worte zu. Also ist es halt so, dass der Helm, ähnlich wie beim C4 Pro, über eine Stellung verfügt, die extrem stark hinterlüftet. Das heißt, das Visier wird minimal gelupft und rechts und links habt ihr einen kleinen Steg, der verhindert, dass das Visier auch bei höheren Geschwindigkeiten letztendlich dicht angedrückt wird. Das heißt, die Hinterlüftung jetzt von circa geschätzt mal 5-6 mm funktioniert tatsächlich besser, als die Belüftung durchs Kinnenteil hindurch und dafür ist sie da und hat trotzdem den kompletten Wind- und Wetterschutz. Das zieht also nichts. Das heißt, ich persönlich denke mal, dass die Rastungen, die dazwischen sind, auch nicht uninteressant sind, aber werden von mir faktisch nicht genutzt. Also es gibt im Grunde genommen nur drei Positionen. Maximal geöffnet, dann die Position kurz vor Verriegelung und wenn man letztendlich schnell über die Autobahn fährt, dann hinter diese Rastung drücken und damit ist es hermetisch geschlossen. Trotzdem noch ein paar weitere Worte, denn wenn ich das Visier maximal öffne, sehe ich, das gehört ja eins zu eins zusammen, dass auch wie immer bei vielen Klappsystemhelmen auch ein Sonnenvisier mit dabei ist, das stufenlos einstellbar. Da ist mir passiert, dass bei meinem riesen Zinken beim ersten Ausprobieren die Aussparung hier vorne die Nase touchiert hat, hat gestört. Ich wollte ursprünglich den Helm einfach etwas höher drücken, ist natürlich kontraproduktiv. Bevor ich mir dann die Bedienungsanleitung durchgelesen habe, das gab es übrigens bei dem ähnlich, ich hatte es allerdings vergessen, dass ihr dann beim Visierschieber ein minimales Blockteilchen habt, das mit dem Fingernagel kurz geschoben werden kann und dann ist der Anschlag von dem Schieber vorzeitig blockiert und das Sonnenvisier öffnet dann nicht mehr oder schließt dann nicht mehr komplett, sondern nur noch so ein Zentimeterchen vor der letztendlichen Stellung ist meine Nase geschützt geblieben, sonst wäre sie nämlich abrasiert worden. Ich habe aber eben beim Visier weitergemacht oder wollte weitermachen, Visierwechsel ist eine Sache, Visier wird, ich mache mal die Sonnenblende ganz weg, gut, das heißt Visier öffnen, dann habt ihr beidseitig eine Art Schieber, dieser Schieber wird einfach nach oben gedrückt, dann wird das Visier freigegeben, ihr könnt es noch eine Stufe nach oben schalten und schon ist es in der Hand, also absolut werkzeuglose Demontage, ergo gibt es auch eine werkzeuglose Montage, es wird einfach drauf gedrückt, leichter Druck nach vorne gedreht und dann hört ihr die Rastung, schon ist es drin, ist schon vorbildlich, von daher, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert, bei der Probefahrt überhaupt kein Problem. Ein paar Worte noch zur Aeroakustik und zur Aerodynamik, die Aerodynamik wird natürlich vor allen Dingen durch die äußere Schalenform beeinflusst und da sieht der Helm schon ganz anders aus als der C4 Pro, das heißt die im Windkanal, ihr wisst das vielleicht, Schubert hat einen eigenen Windkanal, die im Windkanal optimierte Form, die wird auch gespürt, denn der Windwiderstand, der entsteht durch eine schlechte Aerodynamik, wird einfach von dieser Schalenform deutlich beeinflusst, sprich bei 160, 170 war es jetzt nicht das große Problem bei einem unverkleidenden Motorrad, dem Fahrtwind die Kraft entgegenzustemmen. Die Aeroakustik wird natürlich durch die Polsterung, namentlich vor allen Dingen den Nackenabschluss, der geändert worden ist, gewährleistet, das heißt diese sehr, sehr enge Fassung, die direkt sich bündig um den Hals legt, die sorgt einfach dafür, dass da keine großartige Turbulenz stattfindet und in der Gesamtheit ist es einfach so, dass der Helm hervorragende Aerodynamik und Aeroakustikwerte hinterlässt, ist gerade dann interessant, wenn ihr auch das Intercom nutzt, aber da sagt sich ja eben schon, da machen wir eine separate Folge drüber. Jetzt muss ich natürlich noch ein paar Worte zur Belüftung verlieren, fangen wir an mit der Stirnbelüftung, ihr habt hier sehr, sehr großflächige Anlässe und Premiere, der hat hinten einen Ausgang, der dann dafür sorgt, dass eintretende Luft auch hinten rausgezogen werden kann, die dann bedeutet, dass innere Luft, verbrauchte Luft, schnell abtransportiert wird, dadurch persönlich ein Erweckungserlebnis, denn die erste Fahrt hat stattgefunden bei roundabout 18, 19 Grad, hatte die Belüftung aufgemacht und habe wirklich gedacht, boah, jetzt schritt ja aber die Birne ein, ohne Flax, habe dann rausbekommen, auch nach Rücksprache, beziehungsweise ausnahmsweise habe ich schon mal das Handbuch durchgelesen, da gibt es eine Sommereinstellung und eine Wintereinstellung, ich zeige euch das gleich im Detail, dass dann die Öffnungen, die jetzt direkt ins Helminnere gehen, von einer Klettlasche verdeckt werden können, um eine sogenannte Winterstellung hervorzurufen, das ist weniger als zwei Handgriffe, ihr löst einfach ganz normalen Druckknopf, könnt die geklettete Lasche über die beiden Öffnungen stülpen und damit ist die Bohrung beidseitig verschlossen, funktioniert astrein, aber ist auch ein Indiz dafür, dass die Belüftung hervorragend funktioniert, denn es gibt genug Helme auf dem Markt, wo ich Belüftung an- und aufmache und ehrlich gesagt, ich spüre nichts, also funktioniert astrein. Das gleiche gilt auch für die großflächige Belüftung im Kinnbereich, das ist jetzt hier eine sehr fein gemachte Belüftung direkt aufs Visier und diese sehr große Öffnung hier im Kinnteil sorgt auch für ein wesentlich angenehmeres Klima, wenn ihr denn mit geschlossenem Visier fahren würdet, hat astrein funktioniert, fairerweise muss ich allerdings sagen, ich bin überwiegend bei ca. 20 Grad gefahren, ein Ticken mehr, meistens etwas weniger, dass da die Belüftung jetzt nicht ganz so wichtig für mich war. Ich sprache eben davon, dass es einige Unterschiede gibt zwischen C4 Pro, C4 und auch dem dann C5 und ich verspreche euch, dass es beim C5 viel, viel besser geregelt und gelöst. Ich fange an mit so einem unscheinbaren Teil, wie diese Belüftungsklappe hier vorne unter dem Visier, die konnte beim C4 auch schon mal flöten gehen, das habe ich jedenfalls in vielen, vielen Foren gelesen. Ich habe die Erfahrung bei dem C4 Pro vor anderthalb Jahren nicht gemacht. Dann ist es so, dass ich über viele Probleme bezüglich der Passform habe lesen können und der scheinbar beste Vorbereiter war wohl der C3 und viele Leute, die den C3 gefahren sind, kamen dann mit der Passform, auch der Größenangabe von Schubert beim C4, C4 Pro nicht parat. Auch das ist geändert worden. Es wird bei dem ja in zwei Schalen angebotenen Helm jetzt bei den Kerngrößen M, L und XL auch eine Feinanpassung bezüglich Kopfpolsterung und Wangenpolsterung angeboten. Das wird allerdings in der Regel nur der Händler eures Vertrauens beurteilen können oder euch da weiterhelfen können, dass das auf Verdacht bestellt wird oder auf Vorrat bestellt wird. Das macht natürlich keinen Sinn, nur dann, wenn es Probleme gibt. Jetzt ziehe ich natürlich den Helm mal an, auch direkt mit Brille und ich habe den Helm jetzt roundabout 300 Kilometer benutzt, 280 Kilometer wohl exakt und ich hatte beim C4 am Anfang riesen Probleme mit Brillenverträglichkeit. Und das ist wie gesagt bei der Murmel überhaupt kein Problem, sowohl an als auch ausziehen. In dem Moment, wo das Mikroteil montiert ist, kann es hier ein bisschen eng werden, das müsst ihr ausprobieren. Der geklettete Windfang hier vorne als Kinnabdichtung beim Fahren kann auch verändert werden, also da müsst ihr euch das mal ein bisschen genauer angucken. Aber falls ihr mich noch verstehen solltet, das sitzt alles press und eng, aber trotzdem sehr, sehr fluffig. Von daher bin ich dann wirklich extrem positiv überrascht. An und ausziehen, wie gesagt, mit Brille an, überhaupt kein Problem und das war ja die Ursprungsidee beim Klapp-System, wenn vor 100.000 Jahren das Brillenträger einfach weniger Probleme damit haben. Was gibt es noch Wichtiges zu erzählen, was ich eventuell vergessen habe? Da darf natürlich nicht fehlen die Erklärung zur 22.06er-Norm bezüglich der P- und J-Homologierung, wo ich eben von sprach, denn er hat jetzt hier, ihr seht das vielleicht durchschimmern, dieses kleine rote Pinöppelchen. Das heißt, wenn das Kinnteil maximal auf Öffnung gestellt ist, könnt ihr dieses Pinöppelchen umlegen, unter anderem auch mit behandschutten Fingern, der Widerstand ist groß genug und dann wird das Kinnteil blockiert. Das heißt, das ist eine Grundvoraussetzung, die auch in der Norm notiert ist, dass ohne diese Blockade dieses System nicht funktionieren würde. Denn das habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen, dass jemand nur durch eine Nickbewegung das Kinnteil in die nach unten Rauschbewegung versetzen kann oder einer fährt über Kopfsteinpflaster und wird durchgerappelt. Auch da gibt es den ein oder anderen Klapp-Systemhelm, wo sich das Kinnteil ungewollt selbstständig macht. Also von daher ganz klare Definition, Integralhelm, Jethelm. Nur wenn er dann als Jethelm benutzt wird, dann müsste er dieses Pinöppelchen umlegen, damit dann das Kinnteil blockiert ist. Dann bekommt ihr jetzt natürlich von mir noch ein paar Fahreindrücke. Ich sagte ja eben schon, roundabout 300 Kilometer, alle möglichen Bereiche. Direkt aufräumend mit der Mäher. In dem Moment, wo dieser Helm in der Jethelm-Konfiguration gefahren wird, könnt ihr auch jede Aerodynamik vergessen. Heißt also, da sind so viele Zerklüftungen drin, dass das für die Stadt okay ist. Aber sobald ihr die 70 kmh überschreitet, ist es nicht nur sehr unangenehm, was den Segeleffekt angeht. Es ist auch einfach zu laut. Und dann habt ihr natürlich auch kein Visier. Und auch bei runtergefahrenem Sonnenvisier ist es so, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist zwar ein mechanischer Schutz, was Mücken und solche Sachen angeht. Nicht Steinchen, aber das ist zu kurz, um auch einen guten Windschutz für die Augen zu realisieren. Also sobald es schneller wird, müsst ihr einfach dann mit Kinnteil verriegelt fahren. Des Weiteren ist es so, dass das Visier durch diesen sehr, sehr großen Ausschnitt auch eine wirklich fast 180 Grad Sicht bietet. Das heißt, beim obligatorischen Schulterblick, ich sprach da eben schon von, das ist wirklich toll, so gut gucken zu können und schauen zu können. Sprich, bei einem konventionellen Integralhelm, aber auch bei vielen Systemhelmen ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin etwas eingeschränkt von der Sichtbarkeit. Das ist bei dem Helm viel, viel besser als auch beim C4 Pro. Der Eindruck ist also noch gar nicht so alt. Also von daher wird auch da Schubert einen neuen Flock einhauen, der wesentlich besser ist. Aber ich bin mir sicher, das ist ja auch kein Billigeimer. Das heißt, wenn ein Helm so viel kostet, dann muss da schon die Nähe zur perfekten Lösung vorhanden sein. Und ich habe im Grunde genommen so gut wie keinen Kritikpunkt bei dieser Murmel gefunden. Noch eine Kleinigkeit, die ich ergänzen möchte. Das ist nämlich ein Patent von Schubert, das ich eigentlich im Themenkomplex Visiertechnik hätte nennen können. Und zwar so eine Kleinigkeit, die aber dann auf Dauer gesehen durchaus für den einen oder anderen einen kleinen Benefit bringt. Da gibt es einen Memory-Effekt. Das heißt, ihr geht zum Beispiel irgendwo hin, habt das Visier geöffnet, dass es nicht beschlägt oder nicht irgendwo eine Luftnot entsteht. Und wenn ihr dann bei einer Tanke als Beispiel angekommen seid, habt getankt, geht aber dann bezahlen. Das macht ihr natürlich mit geöffnetem Kinnenteil. Und dann braucht ihr es auch nicht zu blockieren über diese kleine Taste. Und dann habt ihr bezahlt, geht wieder auf eure Motorrad zu, macht das Kinnenteil zu, verriegelt es, bleibt das Visier an der ursprünglichen Stelle, die ihr vor der Benutzung hattet, stehen. Wie gesagt, Schubert nennt das Memory-Effekt. Ich kann auch nicht hinter die Technik der Visier-Mechanik schauen, denn das wird dadurch natürlich begründet. Aber funktioniert astral, da klappert nichts, gar nichts und funktioniert in 100% aller Fälle, wenn ich denn mit offenem Visier irgendwo das Visier, den Kinnbügel öffne. Leute, was kann ich für ein Fazit ziehen? Ich bin nach langer Zeit nochmal eine Murmel gefahren, von der ich von vorne bis hinten wirklich perfekt bedient wurde. Weg von meiner Brillenforträglichkeit, auch die Aerodynamik war auf einem Level, das kannte ich so nicht. Ich nenne euch jetzt nicht die Marke, die ich privat fahre, der als nicht-Klappsystemhelm aerodynamisch auf jeden Fall lauter ist, als der Schubert mit der ja dann doch insgesamt problematischen Aerodynamikgeschichte als Klappsystemhelm. Ich denke mal, dass er auch nicht zu groß geworden ist, denn das war ja auch einer der befürchteten Kritikpunkte der Leute, die gesagt haben, nach 22.06 werden die Helme auch dicker, umfangreicher, größer werden. Also insgesamt für denjenigen von euch, der eventuell einen alten Schubert hat oder vielleicht von einer anderen Marke wechseln würde, tut euch selber den Gefallen, fahrt zumindest mal damit, um dann einfach viele Erfahrungen, die ich jetzt hier in diesen 300 Kilometern, in diesen drei Tagen gemacht habe, selber mal nachzuvollziehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Von daher als Tipp für mich, ihr solltet den auf jeden Fall im Visier haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es also heute gefallen hat, dann freue ich mich über Däumchen hoch. Ich freue mich natürlich auch wie immer über Abos, Links und Hinweise heute ausnahmsweise auch sehr umfangreich. In der Videobeschreibung, Kommentare, ihr ballert mich zu, was auch eure eigene Meinung angeht. Leute, von meiner Seite aus, tschüss und adios. Bis zum nächsten Mal.